Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist George Bernard Shaw und nein, Sie heiraten nicht. Ich entscheide das. Ich bin der Autor von Pygmalion. Ja, danke Mr. Shaw, ganz ruhig. Sie sind ja ein großer Fan von Bildung, gell? Ja. Wie wäre es, Sie erklären unseren Zuschauern kurz, wo der Name des Stückes herkommt? Einverstanden. Der Mythos von Pygmalion ist vor allem von dem Kollegen Ovid in seinen Metamorphosen überliefert. Dieser Bildhauer Pygmalion findet echte Frauen doof, deswegen schnitzt er sich eine aus Elfenbein. Und mit der lebt er dann so ein bisschen wie mit einer Real-Doll zusammen und verliebt sich voll in sie, bis sich die Liebesgöttin Venus erbarmt und sie zum Leben erweckt. Happy End im Mythos. Dankeschön. Ja, aber in meinem Stück gibt es kein Happy End. Und, dürfen wir das von vorne erzählen? Ja, okay. Super. Mit dabei sind das junge Blumenmädchen Eliza Doolittle. Nein, Blumenmädchen heißt nicht, dass sie eine Hippie-Braut ist, sondern sie verkauft so kleine Blumensträußchen. Denn wir befinden uns 1912 in London und da gehört sie zur Unterschicht. Ihr Papa Alfred Doolittle ist auch Müllkutscher, allerdings ein rhetorisch sehr begabter. Sie läuft zunächst dem jungen und unbedarften Freddy Ainsford Hill über den Weg, der ist allerdings Upper Middle Class. Und dann Professor Henry Higgins, einem zwar brillanten Phonetiker, also Sprachlautforscher, der 250 Vokale unterscheiden kann. Gleichzeitig ist er aber auch ein Soziopath, der zumindest Frauen wie Gemüse behandelt. Sein Kollege Oberst Pickering ist zwar ein netterer und etwas älterer Gentleman, aber als Junggeselle auch nicht viel besser, was Frauen betrifft. Dann gibt es noch ein paar Nebenfiguren, die kriegen wir später. Alles beginnt nach einem Theaterbesuch. Sie wissen schon, früher sind die Leute in dieses sogenannten Theater gegangen, um alle dasselbe Schauspieleraerosol einzuatmen. In Covent Garden, ja, da ist die große Oper, wo Freddy total versagt. Sorry, Mom, es gibt überhaupt keine Taxis. Ja, aber es regnet. Das ist eine Sis. Ja, dann gehe ich halt nochmal. Und ups, stößt er mit Eliza zusammen und sagt, Sorry, boah, guckst du, Alter. Und weg ist er. Jetzt sind meine Streuschen voll in den Arsch, du Arsch. Und Mutti entschädigt sie. Hier haben sie Sixpence. Boah, danke, Alter. Voll schöne Streuschen. Hier, Officer, wie wär's mit schönen paar Blümchen für Sie? Nein, danke. Und gucken Sie mal, dass Sie hier nicht von der Kripo verhaftet werden. Der Herr da hinten notiert sich jedes Wort von Ihnen. Was? Ich war's nicht, Alter. Ich schwör, Waller. Ich bin voll unschuldig. Alter, was schreibst du? Ich bin kein Polizist und Sie kommen aus Lyssen Grove. Was macht der Freddy bloß? Sie kommen aus Hampstead. Frechheit. Und dann gehen die. Und der so, wow, trainieren Sie für DSTS? Nein, ich bin Phonetiker und verdiene mein Geld als Aussprachecoach. Voll frech. Halten Sie die Klappe. Ich hab genauso recht hier zum Sein wie Sie. Aber Sie haben kein Recht, die Sprache Shakespeares und Miltons so zu vergewaltigen, Sie Huhn. Wow, 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 wow. Aua, schmerzhaft. Naja, auch die könnte ich in drei Monaten bei einer Gardenparty als Herzogin verkaufen. Ach was. Also ich studiere ja indische Dialekte. Ach was. Nein, ich wollte immer schon diesen Experten Oberst Pickering kennenlernen. Ja, aber das bin ich ja. Nein, doch. Boah. Dann kommen Sie doch morgen zu mir und besuchen mich Wimple Street 27A. Und Sie sind schon am Gehen und Sie so, hallo, hier Blümchen kaufen. Was? Äh, und ihr gebt ihr Geld. Goldmünzen? Wow, 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 wow. Hä? Wo sind denn jetzt meine Mama und Sis? Ich hab endlich ein Taxi. Die haben den Bus genommen, aber das Taxi nehme jetzt ich. Was? Am nächsten Tag hat Higgins dem Pickering schon all seine Apparate gezeigt. Unglaublich, diese vielen Vokale. Da meldet die Haushälterin Mrs. Pierce. Äh, ein junges Frauenzimmer, Sir, mit grauenhaftem Akzent. Super, äh, schicken Sie sie rein. Dann zeige ich Ihnen gleich, wie ich eine Aufnahme mache. Äh, hallo? Ne, die ist falsch. Die habe ich ja gestern Abend schon erledigt. Ey, wieso bin ich falsch, Alter? Ich will einen Job im Blumenladen, deshalb will ich Coaching von Sie. Wie heißt du? Eliza Doolittle. Ich zahle ein Schilling die Stunde. Oh, wow, ein Vermögen. Wie war das mit der Garden Party, Higgins? Ich wette, dass Sie es nicht schaffen, dieses Mädchen als Dame auszugeben, um die Kosten des Experiments. Ah, die ist so herrlich ordinär. Was bin ich? Also gut, top, die Wette gilt. Mrs. Pierce. Ja. Verbrennen Sie Ihre Klamotten und führen Sie eine Grundreinigung mit dem Kärcher durch. Was? Ja, aber was soll denn anschließend aus ihr werden? Jo, keine Ahnung, dann werfen wir sie wieder auf die Straße. Wie bitte? Boah, der hat echt voll kein Herz. Ich gehe. Praline, Eliza. Was? Sie leben sechs Monate hier, lernen wunderschön sprechen, bekommen herrliche Kleider und Schokolade und wenn sie das Angebot ablehnen, werden die Engel weinen. Was? Ich kümmere mich um sie. Und Mrs. Pierce führt sie ab und der Pickering so. Sie sind aber schon anständig, Higgins, oder? Ach, ich lasse niemals Frauen in mein Leben. Die bringen alles durcheinander, außer Mutti. Da kommt Elizas Papa. Alfred Doolittle. Ich will meine Tochter, ist das klar? Sehr gut, nehmen Sie sie mit. Äh, was? Aber sofort. Äh, Moment mal, Chef. Ich lasse mich nicht verarschen. Sie wollen sie? Okay, aber ich will nicht leer ausgehen. Und was sind fünf Pfund schon für Ihnen? Wir wollen nichts Unehrenhaftes von Ihrer Tochter. Ja, natürlich nicht, sonst hätte ich ja 50 verlangt. Haben Sie denn keine Moral? Könne ich mir nicht leisten, Chef. Und er predigt noch ein bisschen länger und der Higgins amüsiert sich köstlich und sagt, hier, haben Sie zehn? Nein, das führt mich in Versuchung, vernünftig zu werden. Fünf. Einverstanden. Und er geht und stößt beim Herausgehen fast mit Eliza zusammen, die Mrs. Pierce in einen Kimono gesteckt hat. Und er so, äh, Fräulein. Ey, Papa, ich spinne's, Alter. Was? Krass. Und der Higgins so, da haben wir uns auf das eingelassen, Pickering. Allerdings. Einen Monat später steht Higgins bei seiner Mutti auf der Matte, die Besuchstag hat. Und die so, Henry, ich hatte dich doch gebeten, am Besuchstag nicht zu kommen. Du schockierst immer die Besucher. Ja, es ist wegen dem Mädchen Mädchen. Ach, das ist nur ein Job. Ein Blumenmädchen, dem ich Sprechen beibringe. Das ist ihr erster Stresstest. Sie darf nur über das Wetter und die Gesundheit reden. Na gut. Und da kommen auch schon die Besucher, nämlich die Ainsford Hills und die so, äh, guten Tag, wie geht es Ihnen? Und dann ist die Eliza da, sehr schön herausgeputzt und sagt, äh, Mrs. Higgins, wie geht es Ihnen? Oh, ich bin erfreut, Sie zu sehen. Ich habe das Gefühl, wir sind uns schon mal begegnet, Mrs. Doolittle. Und die lenkt ab und sagt, äh, hoffentlich regnet es nicht. Das schwache Tief im Westen dürfte sich voraussichtlich in östlicher Richtung bewegen und der Freddy so, ha, ha, ha. Und hoffentlich wird es nicht kälter, die Grippe grassiert ja. Meine Tante sagt, man sei an der Grippe verschieden. Oh je. Aber ich glaube, sie wurde kalt gemacht wegen ihres neuen Strohhuts und sie erzählt weiter und der Freddy macht sich fast ein vor Lachen. Und sie so, was gibt es da zu Viren? Das ist so funny. Aber ich muss jetzt wieder gehen. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Und als der Besuch weg ist, Freddy hat sich total in sie verguckt, sagt der Higgins so, und wie war sie? Tja, als Herzogin geht die noch nicht durch. Ach, das macht so Spaß. Wir unterrichten sie. Wir füttern sie mit Bildung und Pralinen wie eine Puppe. Und anschließend, ach, das ist doch kein Problem. Oh, Männer. Nach weiteren Monaten folgt Elizas Auftritt bei der Garden Party. Der kommt im Stück nicht vor, sondern wir sehen einfach nur, wie die erschöpft von der Party nach Hause kommen. Erst die Männer. Boah, geschafft. Ich bin hundemüde, aber sie haben so gewonnen. Glückwunsch, Higgins. Fantastisch. Und er so, Gott sei Dank ist das Ganze vorbei. Und Eliza so. Gute Nacht. Wo zum Teufel sind meine Pantoffeln? Und bang, wirft ihm Eliza die Pantoffeln an den Kopf. Und er so, ey, aua, was soll das? Alles in Ordnung bei Ihnen? Ich habe Ihre Wette gewonnen, Sie brutaler Egoist. Ich wünschte, ich wäre tot. Ja, wieso denn? Was soll ich denn jetzt machen? Sie können heiraten, Sie sehen doch super aus. Meine Mutter findet bestimmt jemanden für Sie. Sowas haben wir auf der Straße nicht gemacht. Was? Da habe ich Blumen verkauft, aber nicht mich selbst. Ach, Quatsch. Und sagen Sie mir, es ist Pierce, dass ich morgen früh Tee will statt Kaffee. Äh, nur noch eine Frage, Sir. Gehören die Kleider, die ich trage, mir? Was zum Teufel soll ich denn mit Ihren Klamotten? Und bitte nehmen Sie den Ring, den Sie mir gekauft haben, zurück. Zum Teufel damit! Und er wirft ihn ins Feuer. Nicht schlagen! Nicht schlagen, Sie infames Geschöpft! Das bringt ihn auf 180. Und den Tee müssen Sie sich selbst bei Mrs. Pierce bestellen. Am nächsten Morgen ist sie samt ihrem Gepäck weg. Und er steht bei Mutti auf der Matte und sagt, Mama, Elisa ist weg, was soll ich denn jetzt machen? Ohne sie auskommen. Ja, aber ich bin total lost. Wir waren schon bei der Polizei und haben Finderlohn ausgesetzt. Finderlohn? Da kommt Doolittle, allerdings verändert. Sie sind schuld! Wie bitte? Sie haben diesem amerikanischen Millionär von mir vorgeschwärmt und der hat mir 3000 Pfund im Jahr hinterlassen und jetzt muss ich Vorträge halten und bin Mittelklasse und alle pumpen mich an. Das ist schrecklich! Oh, das ist sehr gut. Dann können Sie sich ja um Ihre Tochter kümmern. Die ist oben. Was? Wieso hast du das nicht gleich gesagt? Ich habe 5 Pfund für Elisa gezahlt. Die kommt jetzt nach Hause mit mir. Sie hätte sich fast umgebracht heute Nacht. Sie hätte mich fast umgebracht mit ihrem Pantoffel. Doolittle, gehen Sie mal kurz raus. Der geht mal kurz raus. Dann kommt Elisa. Wieder sehr aufgeräumt und höflich und sagt, Guten Morgen, Herr Professor. Wie geht es Ihnen? Wie geht... Bitte? Kusch aus! Heim jetzt! Charmant wie immer. Charmant? Ich habe sie von der Müllhalde geholt. Für ihn werde ich immer Müll sein. Ja, dann geh doch zurück auf die Müllhalde. Und in dem Augenblick kommt ihr Papa und sagt Elisa. Und sie so, wow, 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 hast du einen Millionär ausgenommen? Ja, so ähnlich. Und ich heirate jetzt deine Stiefmutter, weil wir jetzt Mittelstand sind und eine Moral haben. Kommst du mit? Und sie so, na gut. Und dann gehen alle in die Kirche zur Hochzeit von Doolittle Senior. Aber es kommt noch zum Showdown zwischen Higgins und Elisa. Und? Sind Sie jetzt vernünftig? Und apportiere Pantoffeln? Na klar, ich habe mich an Sie gewöhnt. Kommen Sie wieder mit zu mir. Ja, aber eins sage ich Ihnen, ich ändere mich nicht. Kommen Sie zurück. Und dann verletzen Sie mich wieder zum Spaß. Ich glaube, ich heirate Freddy und arbeite bei Ihrem Konkurrenz-Phonetiker als Assistentin. Ich bringe Sie um. Nur zu, ich wusste, dass Sie mich irgendwann schlagen. Und das macht ihn fertig. Sehr gut. Jetzt sind Sie die taffe Frau, die ich liebe. Fantastisch. Ich muss jetzt zur Hochzeit. Auf nimmerwiedersehen, Professor. Sagen Sie Mrs. Pierce, dass wir Schinken und Käse brauchen und besorgen Sie mir eine Krawatte, Elisa. Das wird nicht passieren. Und sie geht und er so, Freddy. Und mit diesem etwas wahnsinnigen Lachen endet das Stück. Ja, und was wäre das für eine Botschaft, wenn diese mühsam erzogene, entwickelte, emanzipierte Frau sich diesem misogynen Macho-Arsch an den Hals wirft? Sie darf ihn nicht heiraten, wie in diesem bescheuerten Musical My Fair Lady, das Sie sechs Jahre nach meinem Tod verbrochen haben. Never! Ja, ist ja gut, Mr. Shaw. Und das, liebe Gemeinde, war Pygmalion von George Bernard Shaw. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.